Altstadt von Tallinn, der sogenannte Domberg. Hier ist die Niewski-Kathedrale. Hier im Hintergrund ist der Schlossplatz. Hier hat etwa noch einen Touristen. Wir sind nicht die Einzigen. Und hier das Pinke, das ist das Schloss. Heute eigentlich das Parlament von Estland. Beheimatet. Das Wetter, mehr oder weniger schön. 16 Grad. Liebe Grüße aus Estland.